Hi, ich bin Josi Neumann. Ich liebe Tischtennis und Spieler Tischtennis und seit dem letzten Jahr spiele ich in der Bundesliga in Berlin. Da war ich zwölf Jahre alt und habe dann mein erstes Spiel dort gewonnen. Also ich trainiere eigentlich jeden Tag zweimal, anderthalb bis zwei Stunden immer oder manchmal halt auch mehr. Manchmal seid ihr einen halt noch zweieinhalb oder drei Stunden. Und ja, das ist schon mehr als so Fußball-Profis oder so. Mir bedeutet Tischtennis eigentlich alles. Also ich mache ja eigentlich nicht so viel wie Tischtennis trainieren und das gehört halt einfach dazu und es macht einfach mega viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.